Feuer an. Ehe verspricht's. Er hat dich schon wieder verdrückt. Bin jetzt ein bisschen weiter vorgegangen. Achso, du musst einmal kurz dann M drücken, bitte. M? M, ja, wie Mama. Und da unten für andere Spiele sichtbar. Hm. Ja. Da klickst du drauf, dass du auch sichtbar bist. Okay. Ach, da hinten. Ja, und siehst du ja. Okay. Und wie geh ich da jetzt wieder zurück? Der Pack Relax. Pack Relax. Wie geh ich da jetzt wieder auf? Wahrscheinlich wieder auf M, ne? Wieder auf M, ja. Ein Motor Escape. Also Leute, nicht wundern, falls es heute ein bisschen anders wird. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Er ist schwanger. Standard. Okay, das ist eher einfach. Einfach nur schwanger. Wie komm ich da jetzt am besten zu euch? Ja gut, es packt jetzt gerade ein bisschen im Stream. Weil das Spiel ist nicht ganz packt, aber... Hm. So, ehe. Ist das nicht was normales bei dir? Äh, so, wie komm ich jetzt am besten zu euch? Du schaust auf die Karte? Ja. Oder ping ich das Leier oder ich ping das lieber gleich an. Richtig, aber du musst das öfters anpinnen. Ja, ich komm zu ihm. Oder kommst du mir, ja. Ah, okay, ich seh den, ich seh den Ping eh schon. Fertigkeit verbessert, springen. Ich muss eh kochen einstweilen. Hm. Und hast du ihm was zum Essen mitgenommen? Natürlich. Sehr brav. Natürlich. Ja, okay. Natürlich. Natürlich. Das Spiel hängt ja ein bisschen, aber... Das Spiel hängt ja ein bisschen. Mach die Qualität so komplett drunter. Komplett auf Apple. Ja, ja. Profitekeinstellungen. So, hab ich noch was. Guten Abend, stolte Rose. Hallo. Guten Abend. Hallo Rose, grüß dich. Und schön Geburtstag gefeiert. Es war ein bisschen spät, aber wurscht. Jetzt packt es nicht mehr. Oder Holo. Nicht so. Ist er was? Es war schon spät gesagt, aber es wurscht. Ja, egal. Soll ich da stehen bleiben, oder? Ich bin vorbeigeflitzt. Ja. Du bist du, oder? Ach, da bist du. Hallo. Da, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Erstmal kochen was. Okay. Ach, Besucher. So. 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 Ein Neuling. Hm. Leer. Und noch mal essen. Und hast ihm gleich ein paar Waffen mitgenommen. Vergessen. Ei, 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 ei. Überleb' ich net lang. Da musst du selber krauchten. Selber lernen. Ah, die Taskleiste, die Taskleiste, die Taskleiste, die Taskleiste, die Taskleiste ausblenden, weil ich habe jetzt gerade die Einstellungen da. Ja. Ähm, müsste, glaube ich, eben draufstehen. Wenn du da drauf gehst, rechtsklick. Ja. Taskleiste Einstellungen. Da müsste, draufstehen, andere Taskleisten und Verhalten der Taskleiste. Ich bin jetzt gerade in Einstellungen rein. Äh, Verhalten der Taskleiste, oder? Ja. Und müsste Taskleiste automatisch ausblenden und draufstehen. Ähm, ganz unten, oder? Genau. Das glaube ich nicht, dass ich irgendwann zufrieren. Äh, zeigen Sie die Taskleiste Neuigkeiten. Nee. Hä? Bei mir ist das gar nicht. Was ist denn das jetzt? Ah, Taskleiste im Desktop-Modus automatisch ausblenden. Genau. An, an, ja, der. Aber trotzdem schön. Oh, das war gut, wenn es schön war. Taskleiste fixieren aus. Taskleiste im Desktop-Modus automatisch ausblenden. Nee. Muss eigentlich funktionieren. Aber an mir geht's. Ja. Ja, 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 ja. Muss ich das nochmal machen? Einmal nur einmal. Und dann ausdappen. Da gibt's ja drei, da gibt's drei oder vier verschiedene. Ja, steht da alles drauf. Also bei ersten steht oben ganz, äh, oben Taskleiste fixieren. Bei der zweiten steht Taskleiste im Desktop-Desk. Taskleiste im Desktop-Modus automatisch ausblenden. Jetzt kommt der nächste ist ja schon. Ja, nur das hab ich auch an. Okay. Ah, jetzt hat. Nee. Das Taskleiste ist ja immer noch da. Ja, ich lerne. Oder mach's einfach, oder mach's einfach alle drei an. Ja. Okay. Passt leise fixieren, ist ausblenden. Es regnet. Ja, es regnet. Hä? Warum ist das immer noch da? Monats später. Vielleicht muss er Vollbild machen. Monats später dann. Vollbild umschalten, oder? Monats später danach. Kann man's auch machen. Ja, okay. Nervt halt jetzt bloß grad. Ah, jetzt ist sie weg. Vollbild, oder? Ja. Na, sag ich doch. Vollblind. Ich bin auch immer vollblind. Gebt böse, gib ein Ruder. Hans von uns zu. Der nächste. Hans von uns zu, Hans von uns zu. Okay, also, äh, ja. Ihr müsst dich jetzt mal einführen in das Spiel. Ja. Ich geh schon sammeln für dich, wenn wir da Werke Waffen machen können. Ah, perfekt, dankeschön. Bisschen anschieben. Besseren Waffen. Noch ein bisschen anschieben. Ich mach nicht die, die, ich geh nicht Steine sammeln, und ich geh, äh, 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 Feuerstein gleich sammeln. Haben wir eine Spitzakabine, dass wir gleich Kupfer abbauen können? Äh. Eine müsste noch da sein, ein, so ein Hirschdings, ne? Mhm. Aber jetzt braucht er mal Waffen. Und ein ordentliches Gewand, würd ich sagen. Weil er gegen die Brauzwerge, wenn die kommen... Eine Keule kann er so bauen. Das geht ja auch. Dankeschön für dein Follower, Esquils. Oder wie man das ausspricht. Was denn? Äh, ich hab grad'n Follower dazu bekommen. War schon wieder. Mhm. Jetzt geht's ab, du. Bei mir ist, bei mir ist, bei mir ist tote Hose. Aber geh, ranz nicht. Ranz nicht. Du hast mich bald einkult, du. Lach nicht. Ja wann? Nächstes Jahr vielleicht. Boah, ich kann dich verschlagen. Ne, es geht nicht. Wie funktioniert es aus? Wo bin ich denn? Na, ein Stück geh ich noch. Ich lag grad auf dem Baumstamm, eigentlich. Ein Stück geh ich noch. Ja, mit den Fäusten bringt er nichts. Boah, was machst denn du da? Randal, oh, randal, oh, randal. So käme man. Randal, Skandale. Das sollten wir eigentlich in Eiktir noch einmal machen mit ihm dann, ne? Können wir auch. Dass er gleich weiß, wo Gott wohnt? Können wir auch. Lassen wir gleich mal wissen, wo er wohnt, ja. Hm. Das wäre nicht schlecht. Ich kann doch das hier machen. Was kannst du machen? Ist auch ne Keule. Ist auch ne Keule. Ah, dankeschön für die Keule. Hm. Schau mal in einer Kiste hinein, da müsste auch noch was sein. Wie kommt man da jetzt rein? Äh. So, was habe ich denn da? Äh. Zu wenig. Hm. Du hast wieder einen, glaube ich. Hm? Geh bitte. Geh bitte. Ich will die Karnas stürmen. Ich komme zu den meisten Steinen nicht dazu. Ah, ich muss jetzt noch den... Ah, ich muss noch was umändern, das habe ich ganz vergessen. Was denn? Äh, Stream-Info. Ja, steht nur auf Fortnite. Hoppala. Steht nur auf Fortnite. Mhm. Hahaha. Hoppala. Kategorie, äh, Kategorie Wallheim. Wie das aussieht. Komplett hickselig und ruckelig. Betty. Ich weiß schon. Ich meine, deswegen mache ich heute auch erst mal einen Test-Stream bis danach. Weil ich sie es ja selber gerade nicht. Äh, ja. Ja, genau. Hast du jetzt ganz runtergedreht, oder was? Äh, ja. Die Dinger habe ich ganz runtergedreht, die ich einschlaue. Okay, na, weil deine Wiese irgendwie komisch ausschaut. Hahaha. Hä? Und Stream-Elements funktioniert wieder nicht. So. Das Stream-Elements sagt wieder, nöps. Mit dir. Nö, beim Speck-Relax funktioniert wieder alles nicht. Mann. Das ist wieder alles abgeschimmelt. Ja, ich glaube, die erste Zeit wird jetzt sowieso nicht mal so gut laufen. Außer wenn ich dann von dir halt die Sachen... Was? Außer wenn ich dann von dir die Sachen habe. Den, den, die CPU und alles. Und, äh, Grafikkarte und so weiter. Hm, dann wird's schon besser. Denk ich mal. Na, ich mein, ich mein mit den Sachen, die ich eingestellt habe. Mit den Berechtigungen an alles. Kommt's nicht wieder nicht. Bei dir, oder was? Nö, bei ihm. Achso. Toll. Ja, vielleicht geht das erst beim nächsten Mal. Ja, ich mach halt eh bloß mal einen Test-Tream erst mal. Du musst, du musst ja sowieso warten immer ein bisschen bis hier irgendwas tut, ne? Hm. Nee, nee, aber ich mach halt, ich mach halt, wie gesagt, erst mal einen Test-Tream. Und wenn ich, den, den schaue ich mir dann mal, heute nach einer Stunde mal an. So, ich kann ihm dann gleich eine Feuerstein-Axt machen. Hm. Aha. Holz hat, Holz hat er genug jetzt eingesammelt, glaub ich. Was? Holz hat er jetzt genug eingesammelt. Okay, passt. Ich hab jetzt genug Feuerstein eingesammelt. Hm. Heute erst mal schön antesten, dass ich alles lerne. So. So. So, gehen wir ran. So, gehen wir ran. So, gehen wir ran. Was brauch ich denn? Holz. Zeig, grüßt, Krieger. Oh Gott. Wir müssen da langgehen. Zeig, grüßt. Er braucht eine Feuerstein-Axt. Hallo. I'm here. Zeig, grüßt, Krieger. It's me, Mario. Hm. So. Ich warte einfach mal hier. Wir können jetzt, wir können jetzt eh noch nicht so viel machen. Ich glaube jetzt erst mal scheinlich stehen, oder? Wieso bleibt es verstehen? Oder? Oder was machen wir jetzt? Ja, wir müssen zurück zur Hütte. Ah. Ja gut, dann folge ich dir jetzt. Dann folge ich dir jetzt mal geschmeidig. Mit Schritttempo. Wenn Fullspeed. Also ein so ein Hirsch-Dingshammer noch für eine Axt. Okay. Ach, das wird halt so lecken. Aber gut. Wieso? Das Team leckt nicht. Habt man halt geschaut. Bei mir leckt's voll. Aber im Stream nicht. Da läuft's lässig. Glaub ich. Okay, wenigstens da. Bist du schon wieder hier? Der haut da einfach ab, man lässt sich halt ein. Natürlich. Geht's doch nicht, ey. Geht's doch nicht. Geht sich das aus? Da, 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 gibt's doch nicht. Äh, Lederbrustpanzer, brauchen wir Sex und Lederhosen. Oder soll ich derweil ihm Grummel seins ihm geben? Ja, nur kleines bisschen, Ruckelz. Ich gebe ihm derweil ihn Grummel seins, ne? Der ist eh nicht da. Achso. Ach, hast du wieder den Ding ausprobiert, das Lurk? Ja, geht aber nicht. Ja, musst wahrscheinlich. Oder ist es immer noch auf PS4 gestellt gewesen? Achso, der Moderator ist gar nicht drin. Stream-Element ist nicht drin. Ah. Muss wahrscheinlich nochmal einfügen. Sieht man meinen Koffer eigentlich gut mit der Cam? Hm. Yes, Sir. Also sonst muss ich die Kamera noch ein bisschen höher drehen. Ne, ne, passt schon. Alles gut. Muss wahrscheinlich Stream-Elements nochmal hinzufügen. Alles gut. Weil der ist draußen. Ja, das mache ich dann später. Das mache ich dann, ja, das mache ich dann so um... kurz vor 21 Uhr. Dann kommst du mit Holz, ich brauche Pfeile. Ich habe auch Holz. Schweinchen, Spicke. Ich habe auch Holz da. Ich habe auch ein bisschen was eingesammelt. Ich muss dann, äh, äh, Ding machen gehen. Äh, Bäume fällen, weil ich brauche unbedingt Federn. Hm. Es muss ja ein bisschen erkunden, ein bisschen was. Erfahrungen sammeln. Ja, ihr kommt zuerst einmal heim. Jo. Unterwegs holen. Ich habe aber wieder was für dich gemacht. Was hast denn du eigentlich? Nur die, die Keule und eine Fackel, ne? Jo. Ähm, jo. Lass mich nicht allein. Er trinkt aber nicht. Hm? Er trinkt nicht. Ich darf nicht ertrinken. Ja. Na, ich komme da nicht hoch. Ich ahne halt. Ich ahne halt, ich habe da auch meine Probleme mit. Komm, 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 komm. Ich gehe mal Holz packen. Wir müssen halt mal Ausdauer regenerieren. Hä? Wie komme ich denn jetzt hoch am besten? Hm? Wir kommen ja... Du musst auch... Du musst Ausdauer regenerieren, dass du hochkommst. Achso. Wie regeneriere ich die? Automatisch. 50 habe ich jetzt wieder, oder? Tschüss. Was essen würde ich an deiner Stelle? Was? Du wirst nicht lang überleben. Ich will erst mal hochkommen, der. Aber ich komme da gar nicht hoch. Was schickt denn der mich da hin? Der schickt mich da auf irgendwelche Felsen, wo ich nicht einmal hochkomme. Und ich bin Max. aprendst du hochkommst? Untertitelung des ZDF, 2020